Und das war dein Vergehen. Mit ihm zog eine romantische Unruhe in unser Haus. Dein Scham wirkte auf dich, wie der Jammerzauber auf unsere Kinder. Wie lange ging das so? Wie lange ging das so? Wie lange ging das so? Habe ich im Land der Träume gelebt? Sag du es mir. Sag du es mir. Sag du es mir. Sag du es mir. Träume. Träume. Sag du es mir. Habe ich im Land der Träume gelebt? Sag du es mir. Sag du es mir. Sag du es mir. Träume. Habe ich im Land der Träume gelebt? Sag du es mir. Träume. Habe ich im Land der Träume gelebt? Diese Gefahr war es, die meinem Leben einen Sinn gegeben hatte. Sie fehlten mir. Sie fehlten mir. Die Erinnerung. Die Erinnerung. Erinnerung. Eine Frau wie einen abgeknickten Streichholz wegzuwerfen. Eine Frau wie einen abgeknickten Streichholz wegzuwerfen. Dafür gibt es keine Entschuldigung. War das Unerträgliche auf einmal einfacher geworden. Ein einziges ihrer süßen Köpfchen. Ich war eine der Damen in deinem Spiel. Vorbei. Das Leben ist vorbei. Dass ich sie lebendig weiß, das ist für mich noch immer etwas sehr Schönes. Das ist sie. Das ist sie. Untertitelung des ZDF, 2020